Wie kann ich helfen? Spür meine sterlende Klinge! Okay, um verletzte Trolle. Weiter! Keiner ist festgehalten, das heißt, ich kann hochgehen und heilen. Vita, Mortis, Cryo, Jadis! Geh auf den Aufgaben! Vita! Gott! Vita, Mortis, Cryo, Jadis! Vita, ich werde nur das ich kann! Cryo, Jadis, Cryo! Weiter! I had schwer erwischt. Bereit zu neuen Taten! So... Sofort! Einverstanden! Mmh... Jetzt habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, als zu rasten. Spür meine sterlende Klinge! Euer Leben ist verblägt! Ich möchte mich ja nicht einmischen, aber vielleicht sollten wir ein Erwachsenen nehmen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. So. Weiter! Ich glaube, ich habe drei von vier Priestern erwischt. Kartenspiel magisches Geld. Noch mehr Geld. Heiliges Chaos Kartenspiel. Priester Timoras und Amberlees lieben es ganz besonders. Die Karten haben vier Farben. Lächelnde Damen, schwarze Lieschen, Sturmkönigin, bla bla bla. Die Regen der Spiele sind unheuer kompliziert und werden jedes Jahr durch eine dicte Kirche von Beschaber modifiziert. Nö, ich glaube, das ist etwas, was wir verkaufen sollten. Vorwärts! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ist etwas nicht in Ordnung? Ihr? Kann ich helfen? Warum handelt es sich? Was ist los? Wenn es sein muss. Dein Befehl? Einverstanden! Euer Leben ist verwirrt! Ja? Weiter! Sag was gewiss! Bin ich wieder nicht gut. Einverstanden! Wie kann ich helfen? Nein, nicht vorwerfen! Vor allem, dass da unten jetzt ein toter Troll rumliegt. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja! Lebt keine Gefangenen! Ich bin schwer erwischt. Brauchst du mich? Schau mir um mich zu! Sag was du von mir willst! Ja! Du nervst mich grad ganz gewaltig. Kann ich helfen? Kein Grund sich darüber aufzuregen. Was könntest du noch machen? Okay, Agrib ist tot. Wie kann ich sofort? Kann ich helfen? Das war zu früh. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich mach mir mein Warteln gut! Ja. Ja. So, der nächste Troll. Was ist los? Ist das alles? Ich werde tun, was ich kann. Du, du bist weg! Wenn es schadet, dass wir gewaltig werden. Jawohl! Wie kann ich helfen? Kommt her, wenn ihr euch traut! Ich brauche. Ist etwas nicht. Ich werde mich darum kümmern. Vita! Monus! Böder! 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 Jahr 7aaS! Böder! Böder! 나�ゲe! Böder! Korinf since��도! Warum mit deiner Erlaubnis? Geh seasad. Du kannst doch ein bisschen was tragen. Also, sagt vielleicht zwei Kettenhemden ein. Okay, noch ein drittes. Gut. Sag, was soll geschehen! So, ich glaube, damit haben wir die Zigurat, äh, gekleert. Oh, ich habe keine Feuerzauber mehr. Äh, für sowas ist es gut. So, äh, Ja. Ne, nicht 240, sondern nur 160, bitte. Ich bin müde, einverstanden. Du hast noch ein paar Kugeln. Danke, dass ihr mich vor den Taloniten gerettet habt, aber ich hätte gerne ihr Ritual über mich gehen lassen, um zu verhindern, dass sie den Unschuldigen etwas antun. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin Egenia aus Kuldahan, ein Priesterin des Himmatos. Als ich erfuhr, dass Leute aus unserem Dorf entführt wurden, beschloss ich, in die Berge zu gehen und darauf zu warten, dass dieses Ungeziefer mich ergreift. Ach ja, Kaliana hat mir von euch erzählt. Egenia, sie macht sich immer groß Sorgen um mich. Sie hätte sich besser Sorgen um die anderen Leute machen sollen, die verschleppt wurden. Wo sind die anderen? Sie sind im Südosten. Die Kinder werden in einer getrennten Höhle festgehalten. Sie werden von eigenen Träumen bewacht. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Was haben die Priester der Talona gemacht? Die Priester und ihre Reptiekomplisten haben mich ergriffen, als ich durch die Berge wanderte. Sie wollten mich gerade Talona opfern, weil sie hofften, dass ihre schändliche Gottheit sie für ihre Tat mit Macht belohnen würde. Ich habe überlegt, ob ich wohl Heilung bekommen könnte. Natürlich will sie Geld dafür. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Ja. Wir haben Egenia, eine Priesterin in Martos, vor einer Gruppe talonischer Priester und Trolle gerettet. Sie war nach Drachenauge gekommen, um das Leid der versteckten Dorfwürfel herunterzuteilen. Sie sagte, dass sie in Drachenauge bleiben würde, um uns zu helfen, bis wir die Quelle des Bösen vernichtet haben. Ich muss einen sicheren Ort zum Ausruhen finden. Könntet ihr dafür sorgen, dass wir nicht im Schlaf angegriffen werden? Ja, das ist jetzt gerade praktischer. Ich höre, wenn es sein muss. So, das heißt, wir haben jetzt noch... Also ich bin froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Ohne dass alle Trolle auf uns zugerannt sind. Was, wenn es sein muss? Ja? Mögen die Götter mich schützen! Ah! Ah! Ich werde tun, was ich kann. Was ist los? Mit Vergnügen. Sag sofort! Aber ja, in solchen Momenten mit diesen vermisse ich meine alte Gruppe, muss ich zugeben, mit den... Mit meiner Troiden. Mit meiner Troiden. Ja, hier sind noch mehr Kinder. Yay, yay, yay. Ich kann nach Hause gehen. Danke, dass ihr die Monster verhauen habt. Yay, yay, yay. Ich werde diesen grausigen Ort nie vergessen. Ich werde diesen grausigen Ort nie vergessen. Dein Befehl. Einverstanden. Oh, danke, danke. Ich werde diesen grausigen Ort nie vergessen. Mit wem muss ich reden, dass ihr alle abhaut? Oh, Frauken sei Dank, dass wir das überstanden haben. Ich hoffe sehr, dass jemand den Weg runter zum Dorf weiß. Ich werde diesen grausigen Ort nie vergessen. Ich kann es kaum erwarten, zurück nach Kuldahar zu kommen. Ich habe von meinem Bett zu Hause geträumt. Diese Nacht werde ich gut schlafen. Wir sind frei. Wir sind endlich frei. Dann können wir ja jetzt zum Sohn des Schmiedes gehen. Also ja, wir haben diese Ebene auch fertig. Tut mir leid, dass ich mir so ein Bein abgebrochen habe an der Ziggurat-Stelle. Für euch beide dauert der Stufenaufstieg noch eine Weile. Du hast als nächstes Mal wieder einen. Du brauchst noch eine Weile. Du hast auch demnächst mal wieder einen. Also nicht so schnell wie sie, aber... Jetzt bei... ...seit die nächsten. Hast du alle Monster schon fertig gemacht? Ja, das habe ich. Du kannst jederzeit gehen, chemisch. Ja, danke. Danke, Junge. Mein Papa wird mir immer froh sein, wenn ich nach Hause komme. Lieb wohl. Ja, wir haben... Oh. Wir haben Kulans Sohn chemisch aus den Tiefen von Drachenhauke befreit. Wir sollten wohl nach Kulda zurückkehren, um zu sehen, ob er gut nach Hause gekommen ist. Brauchst du mich? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.